Wir haben da verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten mit verschiedenen Endergebnissen. Wir können uns entscheiden, auf dem Weg weiterzugehen, den wir jetzt seit Jahrzehnten gehen. Das führt in die nackte Katastrophe. Und wir sind da auf dem Weg in eine totalitäre Denkart, die ich nicht durch meine Anwesenheit mehr unterstützen möchte. Der Wahnsinn der Gehirne ist hier noch nicht so durchdrungen, also es ist noch nicht so durchdrängt vom Irrsinn wie in Deutschland. Welchen Einfluss hat das Geschehen in Europa, in Deutschland, auch auf die Schweiz, auf dich, auf deinen Geldbeutel quasi auch? Auf was muss man heutzutage auch achten? Über diese Themen und noch viel, viel mehr spreche ich heute mit einem, ja, ich sage jetzt mal, der bekanntesten Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen, Markus Krall. Danke, Marc, für die Einladung. Schön, dass du wieder in Zürich bist. Ja, immer mit Freude. Also ich plane jetzt öfters hier zu sein. Sehr schön, sehr schön. Wir haben ja ziemlich genau, glaube ich, vor einem Jahr, haben wir uns zuerst unsere erste Podcast-Folge gehabt. Und das Spannende war eigentlich, ich meine, für die Deutschen muss man dich nicht vorstellen. Ich habe aber sehr viel Reaktion bekommen von Schweizern und die haben mir gesagt, wow, wer war das? Was für eine klare Aussage da gekommen sind und so weiter. Und ich musste dann vielen erklären, wer du eigentlich bist. Deshalb für die Schweizer eigentlich, an diesem Image müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten, dass du noch mehr bekannt wirst in der Schweiz, oder? Naja, ich bin dafür, dass ich kein Schweizer bin, bedauerlicherweise, wenn ich das dann im Nebensatz noch unterbringen darf, bin ich ja doch einigermaßen mittlerweile nicht ganz mehr unbekannt in der Schweiz. Also ich hatte ja vor einigen Monaten im Herbst letzten Jahres das Vergnügen, im Haus der Freiheit reden zu dürfen. Und es war komplett ausgebucht, der Saal, waren ein paar hundert Leute da. Und die Rede wurde dann ja auch online gestellt und haben sich immerhin 250.000 Menschen angeschaut, nicht wenige davon aus der Schweiz. Ja, perfekt. Da habe ich mich natürlich besonders drüber gefreut. Perfekt. Aber für diejenigen, die jetzt aus der Schweiz wahrscheinlich auch kommen, respektive dich noch nicht kennen. Also Markus ist mehrfacher Bestellautor, hat auch ein neues Buch geschrieben, da werden wir heute auch noch drüber sprechen. Volkswirt, du hast eine extrem lange Karriere in der Finanzbranche hinter dir. Du bist eine sehr, sehr starke Stimme in Europa, in Deutschland, in der Schweiz mittlerweile auch. Du nimmst kein Blatt vor den Mund, oder? Du hast eine riesen Reichweite auf Social Media. Und das heisst, wenn ihr Markus noch nicht folgt, alle Kanäle sind auch unterhalb in den Shownotes verlinkt. Soweit haben wir mal das Housekeeping gemacht. Ich glaube, wir könnten über deine Vita stundenlang sprechen, oder? Aber das sollte nicht das Thema sein. Also ich kann sicher sagen, dass es interessantere Themen gibt als das. Ja, aber du bist ein sehr, sehr vielbeschäftigter Mann. Mit was beschäftigst du dich momentan? Ja gut, ich habe einiges zurückgefahren. Ich hatte ja ein bisschen ein Gesundheitsproblem Anfang des Jahres, bin jetzt wieder aber ganz fit. Und habe mich dann aber entschlossen, nicht mehr 80 Stunden, sondern noch 40 Stunden pro Woche zu arbeiten. Was meiner Familie und mir selbst sehr zu pass kommt. Und mein Fokus im Moment ist eigentlich, dass ich sage, ich mache zwei Dinge. Nämlich einmal fokussiere ich mich auf meine libertäre, publizistische Arbeit. Ich habe gerade ein neues Buch veröffentlicht. Das kommt jetzt am 22. Da werden die ersten Exemplare ausgeliefert. Und die Vorbestellungen laufen ordentlich. Die Stunde Null heißt das Buch. Ein neues Wirtschaftswunder ist möglich, ist der Untertitel. Weil ich wirklich glaube, dass wir ein Wirtschaftswunder erreichen können, wenn wir uns endlich die richtigen Dinge vornehmen und die richtigen Dinge entscheiden. Und richtig entscheiden. Und den Rest meiner Zeit verbringe ich damit, jetzt hier in der Schweiz ein neues Unternehmen aufzubauen. Ich habe gerade ein Unternehmen, bin in der Gründungsphase, wenn man so will. Und gründe ein Unternehmen, das sich mit Goldhandel und Dienstleistungen rund ums Gold befasst. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten auch online gehen. Und das werde ich auch hier in der Schweiz etablieren. Und dementsprechend habe ich auch meinen Wohnsitz jetzt hier schon in die Schweiz verlegt. Das sind meine beiden Hauptthemen im Augenblick. Und ich habe mich ja aus der kurzen Episode der Parteipolitik, in die ich mich mal reinbegeben hatte, schnell zurückgezogen. Weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, wo ich die Dinge bewegen kann. Ich glaube, dass die Feder, mit anderen Worten die publizistische Arbeit, viel mächtiger ist als das parteipolitische Schwert. Einfach deswegen, weil die Feder tausend Schwerter bewegen kann. Ja, das war ein Riesenthema. Können wir sicherlich nachher auch noch darüber sprechen. Aber was heißt, du ziehst jetzt in die Schweiz? Du verlässt komplett Deutschland? Ja. Okay, warum? Deutschland ist im Moment in einem sehr schwierigen Zustand. Und speziell für mich ist es in Deutschland, ich sage mal, sehr schwer zu managen geworden. Also die Staatsgewalt hat sich da in einer Weise auf mich eingeschossen, kann man schon so sagen, die sowieso außerhalb des Rechtsstaatlichen sich nach meiner Überzeugung bewegt. Aber in Deutschland wird der Rechtsstaat von der aktuellen Regierung systematisch demontiert. Wir haben Menschen an der Spitze dieses Staates, wie eine Frau Faeser und ein Herr Haldenwang, der den Inlandsgeheimdienst in einer Weise führt, wie wir das zuletzt bei der Stasi erlebt haben. Der sich doch tatsächlich hinstellt, das muss man sich mal vorstellen, und den Satz öffentlich sagt, die freie Meinungsäußerung ist kein, wie hat es ausgedrückt, kein Schutz davor oder kein, ja, also kein Schutz davor, nicht doch vom Verfassungsschutz in Augenschein genommen zu werden. Also man sagt, wie ist er, entscheidet jetzt als Geheimdienstchef, was freie Meinungsäußerung darf und was er nicht darf und ob der Geheimdienst sich ertreistet, mich als einzelne Person anzugehen, zu durchleuchten, abzuhören. Und ich habe da einfach jetzt in den letzten Monaten zu viel erlebt, als dass ich jetzt noch bereit wäre, ja, in diesem Land jetzt, ich sage mal, auch ökonomisch meinen Beitrag zu leisten. Ich mache es jetzt einfach nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr bereit, dort mehr Steuern zu zahlen, als ich unbedingt muss. Ich bin auch nicht mehr bereit, dort ein Unternehmen zu gründen und dann vielleicht mal Wegzugsbesteuerung zu zahlen. Übrigens eine Erfindung von Hitler, der das, man hat das aber bis heute, man hat es sogar noch verschärft. Ja, also Unternehmen, die das Land verlassen wollen müssen, werden prohibitiv besteuert. Ja, das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, aber die Deutschen machen so einen Unsinn. Und dann ist auch die Cancel Culture in Deutschland im Moment auf einem Niveau, das auch nicht mehr zu ertragen ist für einen freiheitlich denkenden Menschen. Ja, also man wird systematisch ausgegrenzt. Man wird, also Locations, wo man reden will, werden angegangen und bedroht. Ja, man schickt dann die Presse dahin und versucht diese, die Betreiber von solchen Locations dann auch in ein schlechtes Licht zu rücken. Die haben aber nicht alle so ein dickes Fell wie ich. Und man versucht also systematisch, kritische Stimmen in diesem Land mundtot zu machen. Und wir sind da auf dem Weg in eine totalitäre Denkart, die ich nicht durch meine Anwesenheit mehr unterstützen möchte. Ja, wir können ja gleich bei diesem Thema auch bleiben. Es ist ja für mich als Schweizer, wenn ich so aus der Aussenperspektive oder Zuschauer, wir haben unsere Kunden und so weiter, die mir auch Feedback geben. Je nach Region München ist ein bisschen entspannter, aber andere Regionen sind dann ziemlich wieder heftig und so weiter. Also so bekomme ich es mit. Jetzt sagst du auch, dass natürlich politisch gewollt halt auch so gewisse, ja, Strömungen da sind, Übertreibungen da sind, die schon richtig heftig jetzt auch gegen einzelne Personen schießen wie dich und so weiter. Ich frage mich immer, ist das Absicht? Ist es Dummheit? Was ist es genau? Es ist Absicht. Ist es Absicht? Es ist Absicht. Ja, ja. Es geht hier darum, dass wir regiert werden von einer politischen Klasse, die sozialistischen Tendenzen folgt. Und sozialistische Tendenzen sind immer auch totalitär. Diese Leute können nicht das Land regieren in der Weise, wie sie es tun und Kritik zulassen. Das geht gar nicht. Und zwar, weil die Folgen ja dramatisch sind. Diese Politik entscheidet auf allen Feldern nach Gutsherrenart. Also im Grunde genommen hängt überall ein Gesslerhut rum. Und dann kann man natürlich Kritik nicht zulassen, weil die Kritik stellt natürlich das eigene Handeln bloß. Und dafür sind die zu dumm und zu dünnfällig, da sie Kritik aushalten. Also muss die Kritik kriminalisiert werden. Das macht man mit allerlei Methoden. Mit der Cancel Culture natürlich, das ist eine Methode. Die andere ist, die Menschen ökonomisch anzugreifen, auch wieder mit verschiedenen Untermethoden. Da wird also der Arbeitgeber so lange bearbeitet, bis er es nicht mehr aushält. Da macht man Lawfare. Also man bringt juristische Geschütze in Stellung, obwohl man weiß, dass der andere sich nichts zu Schulden kommen lässt. Sowohl straf- als auch zivilrechtlich. Der andere wird dann gezwungen. Und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe letztes Jahr etwa 100.000 Euro für Anwälte ausgeben müssen, ohne dass ich mir was habe zu Schulden kommen lassen. Allerdings ein Teil davon immerhin in der Schweiz, wo ja auch mal eine Verleumdungskampagne tatsächlich losgetreten wurde von KCH. Die Dame, die den Artikel geschrieben hat, ich sah Antisemit, ist ja zwischenzeitlich noch nicht rechtskräftig, aber schon zum zweiten Mal strafrechtlich verurteilt worden. Beim ersten Mal von der Staatsanwaltschaft, beim zweiten Mal vom, ich glaube, Züricher Stadtgericht. Jetzt ist sie noch mal in Berufung gegangen, ist also noch nicht rechtskräftig, aber ich sehe nicht, wie sie eine weitere Instanz davon überzeugen soll, dass ich Antisemit bin, zumal ich eben nicht bin. Und wer sowas dann halt schreibt, der ist dann halt auch fällig. Aber diese Art von Rufmord und Verleumdung, die ist in Deutschland gang und gäbe. Man muss sich dann wehren mit allem, was man hat. Das kostet natürlich Geld, das kriegt man auch nicht zurück. Zum Teil stecken auch Behörden und der Staat dahinter. Ich habe eine Sache erlebt, da hat man der Presse ein amtliches Dokument durchgestochen von der Steuerfahndung des Landes Hessen, dass ich angeblich im Jahr 2021 oder 2022, ich weiß gar nicht mehr genau, 19.000 Euro Corona-Hilfen bekommen hätte. Was natürlich illegal gewesen wäre, weil ich aber ganz normal Geld verdiene zu der Zeit. Und man hat das dann in der Presse genüsslich ausgeschlachtet nach der Devise der Krall, der ja eigentlich immer gegen staatliche Transfers auftritt und antritt, nimmt selber aber, obwohl er ein hohes Einkommen hat, 19.000 Euro Corona-Hilfe in Anspruch. Das Dumme daran war halt nur, dass ich die nie in Anspruch genommen habe. Und das wusste die Behörde auch. Und dann habe ich gegen die Zeitung Die Zeit, die das damals in ihrer eigenen höhnischen Art veröffentlicht hat, bin ich juristisch vorgegangen, habe verloren vor Gericht. Und zwar mit der Begründung, dass die Zeit zwar nicht die Wahrheit geschrieben hätte, aber dass sie sich ja auf ein amtliches Dokument verlassen können muss. Das muss man sich mal geben. Das heißt also, wenn die Fälschung von der Behörde kommt, dann ist sie amtlich, im wahrsten Sinn des Wortes. Und daraufhin habe ich dann das Land Hessen verklagt, beziehungsweise aufgefordert, die Behauptung zurückzunehmen. Da hat man sich zunächst mal geweigert, obwohl man wusste, dass es die Unwahrheit ist. Dann habe ich geklagt. Und erst als ich geklagt habe, hat dann während der Gerichtsverhandlung das Land Hessen nachgegeben und gesagt, wir nehmen das zurück und behaupten das nicht weiter und das Dokument ist falsch. Worauf dann die Presse ihre Meldung korrigieren musste. Aber das hat sie natürlich nicht so groß aufgemacht wie die ursprüngliche Meldung, sondern das erscheint dann irgendwo in der Fußnote und der Ferner liefend, wo es keiner liest. Und dann hat das Gericht, das war noch eine bemerkenswerte, also für mich ein Freak-Event, ein juristischer Freak-Event, anders kann ich das nicht bezeichnen. Das Gericht hat dann noch gesagt, naja, dann müssen wir ja kein Urteil fällen, dann ist ja sozusagen der Prozessgegenstand hinfällig und hat mir noch die Hälfte der Prozesskosten aufgedrückt. Und damit ich mich nicht beim Land im Wege des Schadenersatzes für den verlorenen Prozess gegen die Zeit, der hat ja Geld gekostet, schadlos halten kann, hat man dann noch den Streitwert auf 65 Euro festgelegt. Nicht 65.000 Euro für die Behauptung, ich hätte eine Straftat begangen, denn was anderes war es ja nicht. Das war also eine Vortäuschung einer Straftat. So arbeiten Behörden und Presse in Deutschland Hand in Hand, um Menschen, die unbequem sind, anzugreifen. Und das ist nicht mehr der Ausdruck des Rechtsstaats. Aber ist das schon immer so gewesen oder wann hat das wirklich so geändert? Also ist es jetzt wirklich mit der Ampelpolitik gekommen sozusagen oder ist es schon früher so? Es hat angefangen im Grunde genommen vor 10, 15 Jahren unter der Regierung Merkel. Merkel hat im Grunde die ganzen Grundlagen gelegt, die jetzt dazu geführt haben, dass es der Ampelregierung leicht gefallen ist, besonders einigen ihrer Exponenten, nämlich diejenigen, die zuständig sind für Juristerei und Innenpolitik. Also speziell die Innenministerin, dass es denen leicht gefallen ist, die Reste des Rechtsstaats mehr oder minder abzuräumen. Der Anfang, der Ausgangspunkt dieses Abräumens des Rechtsstaats war die Europolitik. Es war immer klar, dass die Europolitik und die Euro-Rettungspolitik ein eindeutiger Verstoß gegen geltendes Recht war. Man hat dann mit allerlei juristischer Rabulistik und dem Installieren von willfährigen Juristen an den entscheidenden Schaltstellen im Bundesverfassungsgericht und im Bundesgerichtshof und anderswo dafür gesorgt, dass die Judikative der Exekutive hier trotz ihres offensichtlichen Rechtsbruchs nicht in den Arm gefallen ist. Und damals gab es schon eine Reihe von Juristen und hochrangigen Juristen und sehr fähigen Juristen, die gesagt haben, wer glaubt, dass sich das Abräumen des Rechtsstaats auf ein Feld begrenzen lässt, der ehrt. Wenn ich es einmal anfange, dann wird es sich wie eine Laufmasche durch das ganze System ziehen. Und dann hat natürlich Deutschland noch ein ganz besonderes Konstrukt einer Verschränkung der Gewalten, nicht einer Teilung der Gewalten, sondern einer Verschränkung der Gewalten, die der Gestalt ist, dass Staatsanwaltschaften nicht unabhängig sind. Das ist für 99 Prozent der anderen Länder auf der Welt vollkommen unbegreiflich, wenn sie nicht gerade Nordkorea heißen, dass die Politik, dass der Minister für Justiz die Staatsanwaltschaft anweisen darf, ob jemand verfolgt wird, ob gegen jemanden ermittelt wird. Auch wenn er unschuldig ist, kann er die Anweisung geben. Ihr müsst jetzt gegen den ermitteln, jetzt geht mal auf die Suche, ihr werdet schon was finden. Oder im umgekehrten Fall, wenn es unbequem ist, die Staatsanwaltschaft angewiesen werden kann, dann von der Politik die Ermittlungen einzustellen. Die Weisungsbefugnis der Justizminister, die ja nur Politiker sind und im Grunde genommen natürlich letzten Endes ihre eigene korrupte Agenda haben, gegen die Staatsanwaltschaften, durchlöchert die gesamte Unabhängigkeit der Justiz. Und diese Verschränkung der Gewalten, die wird ergänzt dadurch, dass die Richterauswahl auch politisch erfolgt. Also die oberen Richter sind alle politisch ausgewählt. Nach Proporzverfahren im Hinterzimmer läuft das. Man muss sich nur mal den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts anschauen, Herrn Habert, dem gestandene Staats- und Verfassungsrechtler vorwerfen, dass er der Totengräber dieses Grundgesetzes sei. Und wenn man die Gewaltenteilung nicht definiert und nicht lebt, dann bringt man ein solches System über kurz oder lang an seine Grenzen. Der deutsche Rechtsstaat, der ist nicht an seinen Grenzen, der ist schon deutlich drüber raus. Und der braucht, da ist ein dringender Handlungsbedarf. Und das sehen auch viele Juristen, altgediente Juristen, vor allen Dingen solche, die mittlerweile in Pension sind so. Und es gibt auch viele Juristen, die mittlerweile in die innere Immigration gehen, zumal man mutigen Juristen, die dann mal ihre Unabhängigkeit beweisen, auch mit allerlei Methoden zu Leibe rückt. Da gab es mal einen Richter in Ostdeutschland, der in der Corona-Phase ein unliebsames Urteil gefällt hat. Dem hat man dann eine Hausdurchsuchung verpasst und ihn wegen Rechtsbeugung angeklagt. Und man hat also alle Register gezogen, um den Mann ökonomisch zu vernichten. Wenn es umgekehrt läuft, natürlich nicht. Also Rechtsbeugung gibt es nur, wenn einer unbotmäßig ist. Wenn er botmäßig ist, gibt es keine Rechtsbeugung. Da können sie sich auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, die Leute. Also das ganze System ist dringend reformbedürftig und als kritischer Bürger, der ich bin, fühle ich mich in diesem System nicht mehr in meinen Rechten geschützt. Wir kommen nachher gleich. Dein neues Buch handelt ja genau von diesem, was müssen wir tun oder respektive, was ist dein Vorschlag für die Wende in Deutschland. Bevor wir dazu kommen, interessiert mich noch das ganze Thema mit Parteithemen, wo du ja, wie gesagt, kurzes Intermezzo gehabt hast, oder? Jetzt ist ja so, viele hoffen darauf, dass eben die AfD dann die Rettung ist und dann kam die Werteunion, wo viele sich auch viel erhofft haben, dass sozusagen ein neuer Block entsteht, oder? Was kannst du über dieses ganze Drama erzählen? Ja gut, ich habe ja schon viel gesagt dazu, aber ich kann das eine oder andere noch gerne nochmal einordnen. Gerne. Es war ja so, dass ich im vergangenen Jahr schon, lange bevor es klar war, dass die Wertunion Partei werden sollte, habe ich ja schon angekündigt, dass sich was tut. Ich war auch durchaus ja involviert in viele Themen, ohne dass ich jetzt da aus dem Nähkästen plaudern muss und habe klipp und klar gesagt, wir brauchen eine Partei in der Mitte. Ich habe das und zwar nicht in dem Sinne, dass ich sage, gegen die AfD. Ich habe auch von vornherein klargemacht, dass ich die AfD nicht als rechtsradikal oder rechtsextrem ansehe, auch wenn sie sich in Teilen, nicht als ganze Partei, aber in Teilen am rechten demokratischen Rand bewegt, was vollkommen in Ordnung ist in einer Demokratie. In einer Demokratie gibt es links, Mitte und rechts. Wenn das nicht erlaubt ist, was gibt es denn? Dann haben wir keine Demokratie. Wenn wir also nicht über das ganze Spektrum der Politik debattieren dürfen, dann haben wir keine Demokratie. Dann haben wir eine Tyrannei. Dann haben wir entweder eine Rechtstyrannei oder eine Linkstyrannei. Aber dass es das nicht geben darf, das habe ich nicht eingesehen. Aber ich habe gesagt, es gibt auch viele in Bürgertum und in der Wählerschaft, die sich eben von dieser großen Oppositionspartei, die eigentlich die einzige echte Oppositionspartei zurzeit ist, nicht vertreten fühlen, weil sie sich mehr in der Mitte verorten und sie deswegen nicht wählen. Auf der anderen Seite aber auch eine Politikwende wollen. Da sprechen ja 40 Prozent Nichtwählerbände. Und auch viele Wähler von CDU, CSU und FDP und selbst SPD finden sich ja im Parteienspektrum nicht mehr vertreten. Von den Altparteien nicht, weil sie alle nach links gewandert sind. Von der AfD nicht, weil sie ihnen ein Stück zu weit rechts liegt. Und da habe ich gesagt, dann müssen wir eben dem, wo ein Markt ist, da muss ein Produkt her. Also haben wir gesagt, da muss was in der Mitte geschaffen werden. Und ich hatte die Hoffnung, dass die Werteunion das sein könnte. Und es gab da im Vorfeld natürlich schon Überlegungen und ich habe dann klargemacht, dass ich, wofür ich zur Verfügung stehe und wofür ich nicht zur Verfügung stehe. Und das war eigentlich relativ leicht verdaulich für alle anderen, was ich da gesagt habe, was ich will. Nämlich, okay, es gibt eine breite libertäre Bewegung in Deutschland mittlerweile. Die dürfte so zwei, drei Millionen Menschen stark sein. Eigentlich auch zwei, drei Millionen Wähler, weil die meisten Libertären sind Erwachsene. Kinder und Jugendliche sind meistens noch nicht politisch so bewusst, dass sie sich als Libertäre bezeichnen würden. Und die haben durchaus, die schauen natürlich durchaus auch darauf, was ich mache. Also das bringe ich ein, den libertären Kontext. Und ich erwarte dafür kein Parteiamt. Ich strebe nicht nach Amt und Würden, weil Amt und Würden korrumpiert in meinen Augen. Das will ich mir nicht antun. Aber eine Sache, ein Preisschild trug die Sache. Und das war, dass ich gesagt habe, was das Wirtschaftsprogramm angeht, das muss von mir federführend gestaltet werden, wenn ich dabei sein soll. Also wer mich an Bord haben will und mir sagt, Markus Krall sei an Bord, der muss wissen, das Wirtschaftsprogramm, das muss von mir federführend gestaltet werden. Und zwar ohne Wenn und Aber. Und es muss ganz klare libertäre Handschrift tragen. Und zwar deswegen, weil ohne eine libertäre Wirtschaftsreform Deutschlands wird dieses Land ökonomisch vor die Wand fahren. Und umso länger wir warten und umso schlimmer es wird, umso heftiger und kritischer es wird, desto, ich sage mal, radikaler muss dann auch reformiert werden. Das heißt also, wenn der Schaden größer ist, dann muss ich eben mehr reparieren. Und umso länger wir warten, umso mehr rein marktwirtschaftliche Reformen brauche ich. Und da wir schon sehr lange gewartet haben, braucht es jetzt eben eine marktwirtschaftliche Reform und nicht ein marktwirtschaftliches Reformchen. So, dann war es dann so, dass im Januar hatte ich ja diesen gesundheitlichen Vorfall. Und als ich dann so zwei, drei Wochen später, na eigentlich eher vier Wochen später, wieder auf den Beinen war und gesagt habe, so, ich setze mich jetzt an das Parteiprogramm, was aber noch vor der Parteigründung war, hieß es, nee, das haben wir schon erledigt. Dann habe ich mir es angeguckt und dann war es nicht das, was es in meinen Augen hätte sein sollen. Es war, ich sage es mal ganz brutal, Copy-Paste aus dem CDU-Programm. Viel mehr war es nicht als das. Hier oder da, ein paar Alibi-Worte, die so ein bisschen mehr Richtung Marktwirtschaft gelaufen sind, aber der klassische Konsensbrei. Und für den klassischen Konsensbrei stehe ich halt nicht. Und dann habe ich also dem entgegen argumentiert und habe da ein paar Tage diskutiert. Und als ich gemerkt habe, das ist eigentlich nicht wirklich gewünscht, da habe ich gesagt, ja, dann kann ich auch nicht zur Verfügung stehen. Ja, ich weiß, dass das wehgetan hat. Das hat vielen Beteiligten wehgetan. Einerseits denen, die gedacht haben, der Markus Krall, der wird das schon alles schlucken. Dann denen in der Wertunion, die libertär sind. Das ist die Mehrheit auf der Basiszeit. Ja, das ist die Mehrheit. Auf die Mehrheit hatte ich auch gehofft. Aber die Governance der neuen Partei war ja dann so, dass auch nicht jeder da reinkommt, sodass also nur Handverlesene da drin sind. Und dann habe ich nicht die Hoffnung gehabt, dass die Basis zu Wort kommt. Und wenn die Basis nicht zu Wort kommt, dann habe ich nichts davon, wenn die Mehrheit meiner Meinung ist. Sodass dieser Weg versperrt war. Und der Basis der Wertunion hat es natürlich auch wehgetan. Man hat sich da auch bitter bei mir beschwert. Nicht ganz zu Unrecht, kann ich verstehen. Und natürlich den Wählern, die eigentlich da die Hoffnung gehabt hatten, dass jetzt hier in der Mitte was entsteht, was wirklich marktwirtschaftlich ist. An der Notwendigkeit, in der Mitte etwas zu etablieren, hat sich allerdings nichts geändert. Und zwar einfach deswegen, weil die AfD, obwohl sie die einzige wirkliche Oppositionspartei aktuell ist, leider auch durch die Propaganda und durch das Staatsmonopol auf die Propaganda, das ist auch ein Teil des Entgleisens unseres Rechtsstaats, ist ja, wie die öffentlich-rechtlichen Medien, die ja quasi die größte Medienmacht im Land darstellen, trotz ihres Auftrages zur ausgewogener Berichterstattung, der wörtlich in ihrer Satzung steht, nichts unterlassen, um den politischen Gegner als Nazi, Rechtsradikal und Verbrecher zu diffamieren. Ja, diese, und das vollkommen ohne Folgen. Das müsste im Grunde genommen, wenn man sich mal die Staatsverträge dazu anschaut und die Rechtslage dazu anschaut, müsste das geahndet werden, nach rechtsstaatlichen Prinzipien, das wird es aber nicht. Und diese Propaganda, die verfängt und wirkt aber bei vielen, sodass also die Aussicht auf eine absolute Mehrheit der einzigen Oppositionspartei nicht gegeben ist, obwohl die weit überwiegende Mehrheit der Bürger eine Politikwende will. Das steht völlig außer Frage. Wenn Sie Leute fragen, sind sie zufrieden mit dieser Politik, dann ist die Antwort nein. Deswegen ist ja Herr Scholz, unser Bundeskanzler, nach einer Umfrage, die ich neulich gelesen habe, auch in der gesamten westlichen Welt der mit Abstand unbeliebteste Regierungschef. Das muss man erst mal schaffen. Das muss man erst mal hinkriegen. Und deswegen braucht es nach wie vor was in der Mitte. Und natürlich bin ich am Nachdenken, wie man des Problems Herr werden kann. Aber auf der anderen Seite kann auch nicht die Sache allein auf meinen Schultern liegen. Ich habe Angeboten mitzutun, und zwar in ganz bestimmter spezifischer Weise. Und wenn es nicht gewollt ist, kann ich mich nicht aufzwingen. Okay. Also das heißt, ich glaube, die meisten Zuschauer, die haben das schon, wie gesagt, oft gehört auch, was alles schiefläuft in Deutschland, oder? Jetzt haben wir auch, als wir hierhin gefahren sind, haben wir ein bisschen über Argentinien gesprochen, oder Javier Milley und so weiter. Und du bist ja auch, in den sozialen Medien, auch sehr, sehr stark in dieser Richtung unterwegs. Also du bezeichnest dich ja auch als Libertärer, ähnlich wie Javier Milley. Und du sagst, also wenn ich dich richtig verstehe, wenn Deutschland so weitermacht, wie sie unterwegs sind, oder auch wie die Werteunion sich jetzt positioniert, dann wird genau nichts passieren, oder? Es braucht harte Eingriffe à la Javier Milley. Ist das richtig? Ist das fair zu sagen? Ist das auch der Grund, oder sozusagen das, was du in deinem Buch jetzt den Leuten aufzeigst, der Weg, oder was ist aus deiner Sicht der Weg? Ist es der Javier Milley-Weg, oder was konkret schlägst du vor, um jetzt die Situation zu ändern? Also es ist im Grunde genommen ein ähnlicher Weg, wie den Javier Milley für Argentinien einschlägt. Normalerweise würde jetzt an der Stelle kommen, der Satz, nicht ganz so radikal, aber der kommt jetzt nicht, sondern er ist nicht ganz so radikal wie ich. Also wie du es machen würdest. Wie ich es machen würde, so ist es. Also mein Vorschlag ist dahingehend, dass wir vier Dinge brauchen. Das Erste ist, wir brauchen eine massive Steuerreform. Wir müssen alle Steuern abschaffen, die die Leistung entmutigen. Also alles, was die Leistung disinzentiviert, wie man so schön sagt. Das heißt also, Leistungssteuern müssen weg. Wir müssen alle Bagatellsteuern abschaffen und wir müssen alle Erziehungssteuern abschaffen, weil es nicht das Recht der Politik ist, uns Bürger zu erziehen. Ich fange mal mit den Leistungssteuern an. Was ist das? Was gehört da nach meiner Meinung abgeschafft? Die Einkommenssteuer, die Lohnsteuer, die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer, die Grunderwerbsteuer sowieso, auch die Grundstücksabgaben, den Solidaritätszuschlag, die Kirchensteuer, die Kapitalertragssteuer. Also alles, was irgendwie an Einkommen oder Vermögen festgemacht wird als Steuer, muss weg. Das sind 400 Milliarden Entlastung für die Bürger, wenn man das macht. Und dann sagt natürlich jeder sofort, wo soll es denn dann herkommen? Wer baut die Straßen? Ich höre da aber noch nicht auf, wer baut die Straßen? Das ist immer die schönste Frage, meine liebste Frage. Also meine Antwort darauf ist, in Deutschland im Moment gar keiner. Also der Staat, der uns den Anspruch entgegenhält, dass er die Straßen baut, ja, wo sind sie denn? Wann hat er zuletzt eine anständige Straße gebaut? Ja, die Infrastruktur in Deutschland ist ein Sanierungsfall, ja, und zwar end-to-end. Nicht nur die Straßen, alles. Wenn Sie ein Ekeltraining brauchen, dann gehen Sie mal in eine deutsche Schule und gehen dort auf die Toilette. Ja, das ist also in einem Zustand, da möchte kein Mensch auf Toilette gehen. Aber Geld für eine Toilette, für ein drittes Geschlecht, was nur 0,00, ich weiß nicht, irgendwie Prozent der Menschen betrifft, in jeder Schule so ein Ding einzubauen, das Geld ist da. Ja, da frage ich mich, wer hat denen eigentlich den Kopf aufgeschraubt und was reingeworfen? Ja, also die Infrastruktur kommt ja nicht, aber fangen wir mal mit den Steuern an, also die ganzen leistungsbezogenen Steuern. Und zwar deswegen müssen diese Steuern weg, weil erstens sind sie leistungsfeindlich, sie desinzentivieren die Leistung. Und zweitens ist es so, dass sie die Menschen von der Arbeit abhalten. Die Leute müssen eine Einkommenssteuererklärung abgeben und müssen Steuerberater beschäftigen, um die Einkommenssteuererklärung abzugeben und die Lohnsteuererklärung abzugeben. Und Unternehmen beschäftigen ganze Abteilungen nur für die Steuererklärung. Warum? Wozu? Für wen? Wer ist eigentlich irgendwann mal auf die blöde Idee gekommen, zu sagen, ich darf das den Leuten überhaupt wegnehmen, weil sie es sich erarbeitet haben? Ja? Es gibt keine gute Begründung dafür. Es gibt keine. Es gibt Scheinbegründungen dafür. Die in Menge. Meistens getrieben vom sozialistischen Neidkomplex. Aber es gibt keine gute Begründung, jemandem was wegzunehmen, was er sich erarbeitet hat. Es ist einfach nicht so, dass wenn ich hergehe und meinen Nachbarn bestehlen will, dann kommt die Polizei. Wenn ich aber mit fünf Nachbarn zusammen hergehe und den sechsten Nachbarn bestehlen will, dann ist das eine Mehrheitsentscheidung und in Ordnung? Was soll denn das für eine Logik sein? So, das gehört also weg. Und dann gehören die ganzen Erziehungssteuern und Bagatellsteuern weg. Die Bagatellsteuern, die abzuschaffen, das finanziert sich von selbst, weil meistens ist der bürokratische Aufwand höher als die Steuereinnahme. Das ist eine Bagatellsteuer. Und eine Bagatellsteuer ist zum Beispiel die Wettsteuer. Oder es gibt eine Pferderennsteuer in Deutschland. Da müssen Menschen mit beschäftigt sein, diese Steuer zu administrieren. Was soll denn das? Also da frage ich mich auch, wer hat sich das einfallen lassen? Dann die ganzen Erziehungssteuern. Was ist das? Angefangen von der Zuckersteuer über Alkoholsteuer bis Tabaksteuer. Jetzt kann man natürlich sagen, aber Herr Krall, die Leute sollen doch nicht rauchen. Und es ist doch schädlich. Und es ist nicht gut für die Lunge. Da sage ich, das mag ja alles sein. Aber welchen Politiker geht es bitte was an, ob ich mich dafür oder dagegen entscheide? Jetzt könnte man noch einwenden, ja, aber Herr Krall, das Geld können wir doch für den Gesundheitssektor aufwenden. Die Leute werden kränker, weil sie rauchen. Dann sollen sie gefälligst selber dafür bezahlen und dann nehmen wir eben dann die Steuer dafür. Ja, wenn es denn so wäre. Aber diese Steuer ist ja nicht zweckgebunden. Sie dient nur der fiskalischen Gier und der Erziehung. Und für die Erziehung, verdammt nochmal, ist der Politiker nicht zuständig. Weder beim Thema Benzin, noch beim Thema Zucker, noch beim Thema Alkohol oder Rauchen. Noch bei irgendeinem anderen Thema und zuallerletzt schon gar nicht beim Thema CO2. Das sind alles Erziehungssteuern, bei denen der moralinsaure Politiker glaubt, er muss uns sein Weltbild aufzwingen. Wer hat ihm das eigentlich gestattet? Wir haben es ihm gestattet, aber das ist ein Fehler. Das ist ein Fehler. So, diese ganzen Steuern können weg. Und dann ist natürlich die Frage, was bleibt übrig? Bleibt nicht viel übrig. Nach meiner Meinung brauchen wir nur eine zur Konsumsteuer umgebaute Mehrwertsteuer. Und jetzt ist dann die Frage, wenn ich das so reduziere und dem Staat sagt, du darfst nur noch 10% des Bruttosozialprodukts auf dem Wege abschöpfen, dann ist natürlich auch die Frage, was sparen wir ein? Und dann habe ich mich in dem Buch, oder als ich das Buch recherchiert habe und dann am Ende auch geschrieben, habe ich mich gefragt, okay, wofür geben die das eigentlich aus? Schau es dir doch mal genau an. Ja, ich weiß, da gibt es ein Dutzend Ministerien, etwas mehr als ein Dutzend Ministerien. Und die haben alle einen Namen, wo man denkt, na, das wird schon irgendeine Aufgabe drinstecken, die der Staat erfüllen soll. Ich meine, nicht das Klimaministerium, das heißt Wirtschafts- und Klimaministerium. Der Herr Habeck ist Klimaminister. Ich meine, wir haben ein Klimaministerium. Ich sage immer, warum haben wir eigentlich keins für schwarze Löcher? Wir haben ein Klimaministerium in Deutschland. Ich glaube auch, dass es nicht allzu viele Länder gibt, die sich so einen Schwachsinn leisten. So, als könnte Deutschland das Klima beeinflussen. Ja, das ist, als wenn ich am Strand im Sand ein Loch grabe, bis ich aufs Wasser treffe, ja, und dann ans Meer runterlaufe mit dem Eimerchen und das Wasser aus dem Meer nehme und auf den Strand schütte, in der Hoffnung, dass das Meer irgendwann leer ist. Ja, genau so ist, das ist deutsche Klimapolitik. Ja, also, aber gehen wir durch die Ministerien durch. Und dann fragen wir uns, was machen die? Also wir haben zum Beispiel ein Entwicklungshilfeministerium. Entwicklungshilfe klingt erstmal auch gut, ja. Ja, bis man mal den Satz von Rand Paul sich zu Gemüte führt, der mal gesagt hat, Entwicklungshilfe ist, wenn Politiker in reichen Ländern Geld von armen Leuten nehmen, um es reichen Politikern in armen Ländern zu geben. Ja, und genau das ist das, was passiert. Und wenn sie nicht das tun, dann geben sie es aus für Radwege in Peru. Das Projekt gibt es tatsächlich. Und für feministische, keine Ahnung was, in Indonesien. Und wenn man sich die gesamte Liste der Projekte dieses Ministeriums anschaut, das immerhin 33 Milliarden von unserem Geld ausgibt, dann findet man kein verdammtes Projekt, wo ich, und ich glaube, jeder, den ich kenne, sagen würde, wenn die Steuer nicht zwangsweise erhoben würde, würde ich das freiwillig unterstützen und freiwillig dafür bezahlen. Nicht eines. Nehmen wir das Gesundheitsministerium. Gesundheit wollen wir alle. Gesundheitsministerium brauchen wir also. Das wäre die Schlussfolgerung. Aber was macht das Gesundheitsministerium? Gibt es 24 Milliarden von unserem sauerverdienten Geld für unsere Gesundheit aus? Oder, und das ist meine Hypothese, päppelt es mit 24 Milliarden im korrupten Wege die Pharma-Mafia? Ich behaupte, dass Letzteres der Fall ist. Und zwar einfach, wenn ich mir das Budget im Detail angucke und schaue mir an, wofür es ausgegeben worden ist. Allein die hunderten von Millionen Masken und Impfdosen, die jetzt vernichtet werden müssen, weil man sie nicht gebraucht hat, und die völlig überteuert eingekauft worden sind, mal abgesehen davon, dass sie gesundheitsschädlich waren, sowohl die Masken als auch die Impfung, wie mittlerweile eigentlich jedem einigermaßen klar denkenden Menschen vollkommen klar sein muss. Aber dieses Ministerium hat unser Geld verschleudert, um die Pharma-Mafia reicher zu machen. Dann schauen wir uns an, was da sonst noch so kreuchtenfleucht. Wir haben ein Außenministerium. Ich sehe ein, dass wir einen diplomatischen Dienst brauchen. Aber wie viel Milliarden kostet der für eine Ministerin, die, wie soll ich sagen, ihren halben Apparat mittlerweile damit beschäftigen muss, die eigenen diplomatischen Ausrutscher zu korrigieren, weil sie freizeitmäßig anderen Staatschefs den Krieg erklärt oder sie zu Diktatoren erklärt oder bei dem, wie in Abu Dhabi geschehen, den Gastgebern da mal aus einer defekten Regierungsmaschine, Spitzname Erfurt Swan, 200 Tonnen Kerosin auf den Kopf pullert. Mal von der CO2-Bilanz ganz abgesehen. Jetzt gehen sie durch ein Ministerium nach dem anderen durch. Sie finden kaum ein Ministerium, wo sie sagen würden, ich bin bereit, dieses Geld freiwillig auszugeben oder es ist sinnvoll angelegt. Das habe ich gemacht und dann blieben für Deutschland, für die Bundesregierung, am Ende von den 400 Milliarden, die sie ausgibt, noch knapp 80 bis 85 Milliarden übrig. Mehr war es nicht. Dann kam noch der Schuldendienst obendrauf, weil den müssen wir leisten. Aber das ist ja letzten Endes Altlast. Aber letzten Endes, das, was die Bundesregierung leisten muss, das lässt sich mit einem Fünftel dessen bezahlen. Und wenn wir uns allein zum Beispiel anschauen, Finanzministerium. Wir haben 400 Milliarden an Leistungssteuern, die wir einnehmen und 100 Milliarden davon geben wir aus fürs Eintreiben des Geldes. Also dieses Land leistet sich 100 Milliarden Ausgaben für die Steuerbürokratie, die nichts anderes macht, als die 400 Milliarden dem Bürger abzupressen. Was ist das für eine Effizienz? Ich sage, wenn wir nur noch eine Konsumsteuer haben, die kann man dann auch gerne mit 30 Prozent des Konsums bemessen, weil alle anderen Steuern sind ja dann weg. Das heißt also jetzt nicht mehr 20 Prozent Mehrwertsteuer, sondern 30 Prozent Konsumsteuer. Aber Investitionsgüter sind dann nicht mehr mit Mehrwertsteuer belastet. Das heißt, es wird auch alles wieder billiger. Die Basis sinkt ja dann, weil natürlich nicht der Konsum, also wenn ich nicht die Wahl habe, den Konsum oder das Investieren zu fördern, dann fördere ich natürlich lieber das Investieren, weil damit künftiger Wohlstand geschaffen wird. Wobei auch das eigentlich dem libertären Gedanken widerspricht. Der Libertäre sagt eigentlich, der Staat soll sich ganz raushalten. Aber okay, die 10 Prozent müssen wir irgendwie finanzieren, solange wir keine Privatrechtsgesellschaft anstreben, die ja auch nochmal eine eigene Diskussion wert wäre. Aber solange wir eben einen Staat haben und wenn er noch so schlank ist, brauche ich irgendeine Art der Finanzierung. Und egal welche, ich mache es, sie ist immer ungerecht, sie ist immer Raub. Aber dann soll sie wenigstens so gestaltet sein, dass es der am wenigsten schädliche Raub ist. Es ist dann der relativ unschädlichste Raub. Aber es ändert nichts an der moralischen Verwerflichkeit des Tuns. Was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, okay, ich meine, der Weg, den du mal grob skizziert hast, wie gesagt, im Buch hast du das sicherlich detailliert beschrieben und so weiter, aber was würdest du jetzt jemandem sagen, der sagt, okay, das klingt ja alles schön und gut, oder? Aber in unserer heutigen Gesellschaft, wie willst du das umsetzen? Das ist doch eine schöne Theorie, oder? Was würdest du begegnen? Wie setzt man das um? Das ist ganz einfach. Wir haben da verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten mit verschiedenen Endergebnissen. Wir können uns entscheiden, auf dem Weg weiterzugehen, den wir jetzt seit Jahrzehnten gehen. Das führt in die nackte Katastrophe. Und zwar in eine solche Katastrophe, dass gar keine Steuerbasis mehr da ist. Also man wird das Land herunterwirtschaften in einem Ausmaß, dass selbst wenn alles, was eingenommen wird, an Steuern abgeschöpft, wird es noch weniger Sinn als die zehn Prozent, die dann noch fließen. Es wird Altersarmut, wird das Erste sein, und dann wird die Armut die ganzen breiten Schichten erfassen, und die werden nichts mehr haben. Die werden frieren und hungern. Das ist das, was passieren wird. Und wer das nicht glaubt, der soll sich mal nach Südamerika begeben. Argentinien, eins eines der reichsten Länder auf dem Planeten, nach ein paar Jahrzehnten solcher Politik, wie es da jetzt aussieht. Deswegen haben die ja den Millet gewählt, weil er gesagt hat, so können wir nicht weitermachen. Wollen wir warten, bis es uns so schlecht geht? Venezuela, noch vor 20 Jahren, das reichste Land auf dem südamerikanischen Kontinent. Jetzt das Armenhaus der Welt. Da wurde übrigens gerade ein Gesetz erlassen, dass es verboten ist, die Regierung zu kritisieren. Also Regierung kritisieren unter Herrn Maduro ist jetzt strafbar. Und wer seine Meinung frei äußern will, der muss damit konform gehen, was die Regierung sagt. Das steht tatsächlich so in dem Gesetz drin. Das ist halt Sozialismus. Das sind die freuchten Träume von Herrn Haldenwang und Frau Feser. Und von Herrn Scholz wahrscheinlich auch, nur der sagt das nicht. Der leistet sich lieber auf Steuerzahlerkosten, ich glaube 80.000 oder 100.000 Euro Friseur. Ich meine, der hat doch eh keine Haare mehr. Wieso kostet es 80.000 Euro, die paar Dinger zu trimmen? Dem schenke ich doch, keine Ahnung, ein Rasierapparat für seinen Schädel. Dann ist die Sache mit 70 Euro abgehandelt. Also auch diese Art, mit unserem Geld umzugehen. Da leistet sich der Kanzler für 80.000 Euro einen Friseur, der Herr Habeck für 400.000 Euro einen Fotografen, der ihn begleitet überall und in Szene setzt. Frau Baerbock leistet sich für einen hohen fünfstelligen Betrag eine Visagistin, die muss sie wohl nötig haben, sonst würde sie das Geld nicht ausgeben dafür. Und eine Stilberaterin, die das Gleiche kostet. Die Grünen-Chefin von Berlin gibt auch irgendwie 70.000 Euro für eine Visagistin aus, allerdings zwecklos. Also die haben überhaupt kein Gefühl mehr dafür, wessen Geld das ist. Die sind im ganzen Herzen durchkorrumpiert. Und diese Gesellschaft, die sich das bieten lässt, die darf sich nicht wundern, wenn sie in der Armut landet. Und das andere ist natürlich, wenn wir es ändern wollen, wir können es ändern. Wir brauchen dafür nur Mehrheiten. Und dafür müssen wir die Menschen überzeugen. Aber um die Menschen zu überzeugen, und das ist nun mal das deutsche Wesen, an dem nicht die Welt genesen soll, wie es früher mal hieß. Früher ist es am deutschen Wesen, soll die Welt genesen. Das war so der imperialistische Spruch des Deutschen Kaiserreichs. Ich sage nein. Aber das deutsche Wesen muss mal an etwas genesen. Nämlich an dem Schmerz, der die Lernerfahrung bringt. Die Deutschen sind leider so. Die Deutschen trinken den Kelch immer bis zur Neige aus. Und diesmal trinken sie den sozialistischen Kelch schon zum dritten Mal in 100 Jahren bis zur Neige aus. Erst den nationalen Sozialismus, dann in der DDR den internationalistischen Sozialismus und jetzt den Ökosozialismus. Die trinken ihn bis zur Neige aus. Und wenn dann die Katastrophe perfekt ist, dann erst lassen sie sich überzeugen, mal einen anderen Weg zu gehen. Sie tun das, was Churchill über die Amerikaner gesagt hat, in anderer Form. Churchill hat mir über die Amerikaner gesagt, die Amerikaner entscheiden sich immer fürs Richtige, nachdem sie alles andere ausprobiert haben. Die Deutschen entscheiden sich fürs Richtige, nachdem sie nur das Falsche ausprobiert haben. Und ja, wir haben jetzt diese Ampelregierung. Diese Ampelregierung setzt sich zusammen aus einer sehr begabten Truppe. Und zwar aus den Leuten, die ich Master of Disaster nenne. Die Herren des Desasters. Und Damen. Und die werden jetzt in den nächsten anderthalb Jahren noch ganze Arbeit leisten. Deswegen war ich überzeugt, wenn wir mit einer Kraft in der Mitte antreten und dann eine AfD als Premium-Partner haben, dann können wir die Politikwende in Deutschland erreichen. So wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger dauern. Wir werden die Politikwende nicht im September 25 erreichen, sondern ein Jahr später, weil die Nachfolgeregierung, die wird wahrscheinlich schwarz-grün und dann wird es noch schlimmer. Das ist jetzt genau die Frage, oder? Ich meine, okay, du sagst, die Deutschen müssen jetzt zuerst, also sie lernen es nur auf dem harten Weg. Und es dauert immer einen Moment oder einen längeren Moment, bis sie es kapieren. Dann reagieren sie. Aber du sagst jetzt, sie reagieren wahrscheinlich wieder falsch. Also sie wählen wieder die falschen, also schwarz-grün wahrscheinlich, oder? Und dann dauert es nochmal länger? Also sie haben im September 25 wahrscheinlich den Schmerz noch nicht tief genug verinnerlicht, um dann das Richtige zu tun. Also eine Politikwende herbeizuführen. Da geht es auch mal vier Jahre. Sie werden also sagen, jetzt wähle ich die Schwarzen wieder, die CDU, in der Hoffnung, dass dies andere machen würde. Der Merz hat ja schon gesagt, der will mit den Grünen koalieren und dann wird es noch schlimmer als es jetzt ist. Warum wird es noch schlimmer? Weil die Wirtschaftspolitik wird genau die gleiche sein. Da unterscheidet sich die CDU ja nicht mehr von der SPD. Und dann bedeutet das, dass die CDU die Grünen mit ihrem Ökosozialismus gerade weitermachen lässt. Und der eine Teil, der eine winzige Teil, wo die Ampel noch nicht vollkommen derangiert ist, nämlich die Geopolitik und die Kriegspolitik, die wird dann noch schlimmer werden. Weil die schlimmsten Kriegshetzer in der Ampel sind ja die Grünen. Das hätte mal jemand den Gründern der Grünen sagen müssen damals, dass das mal passiert. Da hätten die gesagt, wie, was? Ja, also die Grünen waren mal eine pazifistische Partei. Und selbst im letzten Bundestagswahlkampf sind sie noch angetreten mit bereit, wenn ihr es seid, keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete. Ja, und jetzt erzählen sie uns von morgens bis abends, dass angeblich der schlimmste Diktator seit Hitler irgendwie niedergerungen werden müsste. Und das sagte doch tatsächlich neulich eine Politikerin, sie hat mehr Angst davor, dass Putin den Krieg in der Ukraine gewinnt, als dass in Deutschland eine Atombombe fällt. Da sage ich, die sollte aber ganz, ganz, ganz dringend zum Arzt gehen. Ja, das ist heftig. Also da muss man wirklich nicht ganz dicht sein, um sowas zu sagen. Und da gibt es auch keinen Majestätsbeleidigungsparagrafen, der mich davon abhält, das zu sagen. Da muss man nicht ganz dicht sein. Wer sowas sagt, braucht dringend einen Psychiater. Und wenn also die Grünen mit der CDU zusammengehen, dann fällt auch noch das letzte Korrektiv weg, was jetzt noch wenigstens auf der Geopolitik, die auch ein Katastrophenfeld deutscher Politik ist, irgendwie noch korrigierend wirkt, nämlich, dass der Scholz so inkompetent er sonst ist, Angst hat vor dem Krieg. Wenigstens das hat er. Da hat er noch gesunde Instinkte. Deswegen hat er jetzt den Taurus-Export nicht genehmigt. Aber was das für ein Aufschrei gewesen ist unter den Kriegstreibern in Deutschland. Und auch das muss ich sagen, das erinnert mich fatal. Das ist eine Geschichtsvergessenheit, die da zum Tragen kommt. Das erinnert mich wirklich ganz fatal an dunkelste deutsche Zeiten. Also das heisst, wenn ich dich wirklich richtig verstehe, wir haben jetzt mehrere Stufen, die die Deutschen über die nächsten Jahre durchlaufen müssen, bis die Änderung kommt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, glaubst du wirklich, dass die Politik so gewählt werden muss, dass es der richtigen Politiker, wer auch, was auch immer richtig ist, an die Macht kommen muss? Oder was ist effektiv dieser Schritt, dass sich in Deutschland die Stunde Null eben, dass die kommt, dass die sich auch spielt? Also jede historische Entwicklung hat ihren besonderen Moment. Das ist in der Vergangenheit immer so gewesen. Helmut Kohl hat ja mal vom Mantel der Geschichte gesprochen. Als er die Gelegenheit hatte, Deutschland wieder zu vereinigen, hat er gesagt, da kommt der Mantel der Geschichte vorbei und der Zipfel muss ergriffen werden, damit man da sozusagen das Momentum hat. Das hat er sehr gut erkannt, auch wenn er manche andere Dinge nicht gut erkannt hat. Aber das hat er genau verstanden. Und so ist es hier auch. Es gibt bestimmte Momente in der Geschichte, wo Entscheidungen dann reif sind und dann werden sie auch von jemandem getroffen. Das war 1948 in Deutschland die Währungsreform, Ludwig Erhard, aber es ging natürlich nicht nur um die Einführung der D-Mark damals. Das war ein Teil der Reformen von Erhard, war die Einführung der D-Mark und die Beischaffung von stabilem Geld. Der entscheidende Punkt war aber die Abschaffung der Preiskontrollen. Und dafür hatte er schon 1946, 1947 argumentiert und da haben ihn die Sozialisten in allen Parteien als Totengräber Deutschlands beschimpft. Und haben gesagt, wenn der mit seinen Preiskontrollen, wenn er die abschafft, das ist das Ende Deutschlands. Also man hat ihn da mit allem überzogen, was man hatte und dann hat er es im Handstreich gemacht. Und er hat sich noch nicht mal die Erlaubnis bei den Amerikanern geholt, wo er es sich hätte holen müssen, sondern hat es einfach gemacht und verkündet. Und die Amerikaner, die dann nicht so dumm dastehen wollten nach der Devise, da haben wir uns reinlegen lassen, haben dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht und haben es abgesegnet. So war die Geschichte nämlich. Und die Abschaffung der Preiskontrollen und die Reduktion der deutschen Staatsquote auf damals knapp unter 30 Prozent, das war der Schlüssel für den größten Wirtschaftsaufschwung Deutschlands in der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zehn Jahre lang 10 bis 15 Prozent Wachstum, wenn man es sich mal anschaut. Und das könnten wir ohne weiteres wiederhaben. Das könnten wir ohne weiteres wiederhaben. Also es gibt und jetzt Millet auch das Gleiche in Argentinien. Es ist ein Momentum da und jemand ist dann da und trifft die richtigen Entscheidungen. Der muss sich dann finden. Und der Rest der politischen Klasse steht dumm daneben und guckt. Und so wird es diesmal auch sein. Ja, was wir brauchen ist das Momentum und es muss dann jemand da sein, der im Grunde genommen alle überrumpelt. Anders wird es nicht gehen. Und das geht aber nur in einer Krisensituation epochalen Ausmaßes, wenn es richtig schlecht ist. Und wenn die Leute sagen, verdammt, ja gut, dann lassen wir es ihn halt mal probieren. Ja. Und leider wirkt dieses Momentum der Geschichte sowohl im Guten wie im Schlechten. Es gibt auch schlechte Momente in der Geschichte, wo dann einer sozusagen das Momentum ergriffen hat. Auch das gab es ja in der deutschen Geschichte. Das muss uns ja bewusst sein. Aber die Krise darf nicht, sagen wir mal, ungenutzt verstreichen für die richtigen Entscheidungen. Ja, sonst wird sie nämlich für die falschen Entscheidungen genutzt. Sonst endet die Kiste in der Diktatur. Ob sozialistisch oder rechtsradikal, irgendein starker Mann wird dann oder Frau oder was auch immer wird dann auftreten und wird den Leuten das Heil im Totalitarismus versprechen. Das ist die Alternative zur Freiheit, ist der Totalitarismus. Und das ist, ich meine, das Bemerkenswerteste am Deutschland unserer Tage ist ja, dass man denen, die gegen diesen aufkommenden Totalitarismus und gegen den Faschismus kämpfen, unterstellt, Nazis zu sein. Ja, das ist ja überhaupt das Allerperverseste und dass man sie zensiert und verfolgt und dass man all die Phänomene hat. Aber es ist klar und zwar deswegen, weil diese Politik, die da betrieben wird, ist natürlich im Grunde genommen auch ökosozialistisch und damit ist sie totalitär. Sie ist von der gleichen Kopfkrankheit befallen wie frühere Totalitarismen in Deutschland. Und dementsprechend das, was wir beobachten, passiert eben deswegen genau so, wie es passiert. Würdest du, wenn jetzt ein Momentum aufkommt und sagt, wir wollen Markus Krall, dass du sozusagen die Person bist, würdest du das machen? 100 Tage. 100 Tage? Warum 100 Tage? Weil in 100 Tagen alles erledigt sein muss. Okay. Also du sagst, wenn jetzt in Deutschland so eine Bewegung aufkommt und die Leute sagen, wir wollen jetzt dich, dass du die Person bist? Also zunächst mal bin ich ja jemand, der nicht nach Amt und Würden strebt. Das ist mir zuwider und deswegen sage ich also, wenn sozusagen die Pflicht an der Stelle rufen würde, dann würde ich es wohl machen, aber nicht für irgendwie, also ich würde niemals eine politische Karriere wollen. Das ist mir komplett, es widerspricht meinem ganzen Selbstverständnis. Aber wenn man es richtig macht, kann man es in 100 Tagen erledigen. Es geht wahrscheinlich überhaupt auch nur in 100 Tagen, weil wenn man es langsamer macht, dann werden die Widerstände so groß, dass man es nicht durchziehen kann. Also was gehört dazu? Natürlich die große Steuerreform, die Abschaffung von fast allen Ministerien. Was bleibt da übrig? Da bleibt übrig ein Bundeskanzleramt, ein Verteidigungsministerium, ein Außenministerium, ein Finanzministerium, das aber nur noch 100 Leute umfasst, weil es ja nur noch eine Konsumsteuer verwalten muss. Also eigentlich sind es 100 IT-Jungs. Mehr braucht es da nicht. Und ein Innenministerium, in dem alle restlichen Arbeiten, sofern sie überhaupt noch Staatsaufgaben sind, zusammengefasst werden. Alles andere kann weg. Von den 99 Bundesbehörden, die wir haben, können 98 weg. Das Einzige, was wir meines Erachtens da noch brauchen, ist ein Patentamt. Aber das können wir privatisieren zu einem späteren Zeitpunkt. Was wir nicht mehr brauchen, sind Geheimdienste, Bundesbehörden, Polizei, Bundespolizei. Das brauchen wir alles nicht. Dann, der nächste Schritt ist natürlich das gleiche, den gleiche Verschlankungsprozess in den Ländern durchzuführen. Wir haben ja 16 Bundesländer in Deutschland, alle mit einem riesigen Regierungswasserkopf. Das kann man sich hier in der Schweiz gar nicht vorstellen. Wenn Sie sich mal überlegen, wenn Sie sich vorstellen, dass die Kantone in der Schweiz mehr Geld ausgeben würden als die Schweizer Bundesregierung, das kann sich gar keiner vorstellen. Es gibt zwar in den Kantonen mehr Staatsausgaben als auf Bundesebene, aber das meiste davon liegt bei den Kommunen, weil die Leute sagen, ich will, dass es nah beim Bürger entschieden wird. Und so brauchen wir es in Deutschland auch. Wir brauchen im Grunde genommen die Bundesländer, die brauchen wir nur noch für den Bundesrat. Da kann dann Ministerpräsident Honeurs machen und kann im Bundesrat sein Land vertreten. Mehr braucht es da nicht, weil die ganzen Ministerien, die es in den Bundesländern gibt, genau den gleichen Wasserkopf haben wie auf Bundesebene. Das brauche ich alles nicht, das kann also auch alles weg. Dann müssen die ganzen Gesetze weg, die von diesen Behörden administriert worden sind. Die sind auch alle überflüssig. Die ganzen Bauvorschriften, wir haben Zehntausende von Bauvorschriften in Deutschland. 80 Prozent der Steuerliteratur auf der Welt ist in deutscher Sprache. 80 Prozent der Steuerliteratur, das können wir alles auf den Müll kippen. Die ganzen Immobiliengesetzgebungen, also was an Mietgesetzgebung, kann alles weg. Das ganze Arbeitsrecht kann weg, weil in dem System gibt es keine Arbeitslosen mehr. Dann brauche ich also das ganze Arbeitsrecht in der Form nicht mehr, weil es wird so viel Kapital ins Land strömen, dass Arbeit relativ knapp wird. Das heißt, die Arbeitnehmer sind in der besseren Verhandlungsposition als vorher, weil Kapital ins Land strömt, wenn die Steuern so gekappt werden. Das heißt also, die Verhandlungsposition jedes einzelnen Arbeitnehmers wird viel besser sein als heute. Der wird mehr verdienen, der wird sehr viel mehr verdienen als heute. Was wir auch nicht brauchen, sind so dumme Dinge wie dieses Geldwäschegesetz. Da sagt auch jeder sofort, gerade sind sie für Geldwäsche. Natürlich bin ich nicht für Geldwäsche, aber wer sich einbildet, dass dieses Geldwäschegesetz Geldwäsche verhindert, der war noch nie in der Ukraine. Es gibt auf der Welt Geldwaschmaschinen, die so groß sind, da kann jemand mit meiner finanziellen Ausbildung, der in 40 Ländern der Welt Finanzinstitutionen beraten hat, innerhalb von vier Wochen Milliardenbeträge waschen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Aber was machen wir? Wir machen Geldwäschegesetze mit Tafelgeschäftsgrenzen, damit die Bürger ab 1999,99 Euro, einen Cent mehr und es muss dann dem Staat gemeldet werden, wenn sie Gold kaufen zu 2.000 Euro. Also das verhindert natürlich keine Geldwäsche. Der ganze Kram ist nur zum Entmündigen des Bürgers gedacht. Was wir auch nicht brauchen, ist dieses ganze DSGVO, Datenschutzgrundverordnung oder wie das heißt. Das haben sich Leute einfallen lassen, die haben sich nicht um die Datensicherheit des Bürgers geschert. Die haben nicht das gemacht, was eigentlich den Bürger, was der Bürger will, nämlich ihn vor den Datenkragen wie Google und Facebook zu schützen, sondern die haben ein Gesetz gemacht, das den Mittelstand knebelt und sicherstellt, dass jedes Unternehmen in Deutschland und jede Organisation, jeder Verein gegen dieses Gesetz verstoßen muss, weil es so intransparent und komplex ist, dass wir ein Volk von DSGVO-Experten sein müssten, um es umzusetzen, ohne uns schuldig zu machen. Das ist auch die Absicht dahinter, weil man auf diese Weise jeden Menschen im Land kriminalisieren kann. Die Intention ist nie gewesen, dass die Leute Datenschutz genießen. Die haben auch jetzt keinen Datenschutz, keinen Cent mehr Datenschutz als vorher. Die Intention ist von Anfang an gewesen, die Menschen zu gängeln und zu kriminalisieren. Das kann alles weg. Dieses, was wir jetzt, Demokratiefördergesetz, wir geben über diese, über Konstrukte wie das Demokratiefördergesetz von Frau Feser, 15 Milliarden im Jahr aus für Denunziantenportale, für die Antifa, die sich daraus ernährt und für, ja, nachgerade vom Staat finanzierte terroristische Aktionen. Also die Antifa ist eine terroristische Organisation, die wird über Stiftungen, Zwischenstiftungen und Zwischenstufen vom Staat mit Geld versorgt. Ja, und da stellt sich eine Frau Künast vor die Kamera, vor laufender Kamera ans Mikrofon und erzählt, ja, die Antifa, die sollten wir viel gründlicher und besser versorgen, damit die nicht jedes Jahr neue Budgets beantragen müssen. Das muss man sich mal vorstellen. Dieselbe Antifa, die Menschen nicht nur bedroht, sondern tatsächlich körperlich angreift. Ja, die sich also ein, das ist eine, wie nennt man das? In anderen Ländern würde ich sagen, staatliche Terrorismusfinanzierung. Ja, 15 Milliarden für Denunziationsportale und dergleichen in den Müll. Brauchen die doch alles nicht. Das kann doch alles weg. Also diese, auch die Gesetze, die da dran hängen, können alle weg. Ich habe mal auf X ein Posting gemacht und habe gesagt, welche Gesetze sollten Ihrer Meinung nach abgeschafft werden, wenn es zu einer Politikwende in Deutschland kommt. Bitte in die Antworten Anregungen. Ich habe innerhalb von zwei Stunden 2000 Antworten gekriegt. Alles weg. Und das kann man alles, also wir haben Zehntausende von Gesetzen, die abgeschafft werden können, ohne dass es jemand juckt. Abgesehen davon, Winston Churchill hat immer gesagt, wer Zehntausend Gesetze erlässt, zerstört jeden Respekt vor dem Gesetz. Und so ist es auch. Man kann Gesetze, die am Fließband produziert werden, nicht respektieren. Im Grunde genommen brauchen wir den Dekalog. Viel mehr ist es nicht. Jetzt hast du ja gesagt, die Schweiz wird sozusagen ein neues Domizil. Du hast die Firma hier gegründet. Können wir gleich nachher noch ganz kurz darüber sprechen. Was, glaube ich, auch vom Investmentgedanken her sehr, sehr, sehr spannend ist. Sehr, sehr wichtig ist auch. Macht es die Schweiz wirklich besser? Ich meine, wenn es Deutschland nicht so gut geht oder immer schlechter geht, wie du vermutest auch und so weiter, hat das ganz klare Auswirkungen auch auf die Schweiz. Was rätst du der Schweiz? Oder wie siehst du das? Die Schweiz ist natürlich in einer unkomfortablen Position. Das eine ist, die Schweiz hat auch Teile ihrer politischen Klasse zumindest und auch Teile der Bevölkerung, die den Wahnsinn, der die Deutschen befallen hat, ganz toll finden. Das ist aber eine viel kleinere Gruppe hier im Land als in Deutschland. Also der Wahnsinn der Gehirne ist hier noch nicht so durchdrungen. Also es ist noch nicht so durchdrängt vom Irrsinn wie in Deutschland. Auch wenn es natürlich einzelne Strömungen hier gibt, die das gerne nachmachen würden. Das war aber auch in der Vergangenheit immer schon so. Es gab auch in den 30er Jahren in der Schweiz Schweizer, die dieses nationalistische Gehabe der Deutschen auch ganz toll fanden. Die haben aber nie eine Mehrheit gefunden, weil die Mehrheit der Schweizer sowas wie einen gesunden Menschenverstand pflegt. Das ist einfach eins der nationalen, wie soll ich sagen, Eigenheiten. Man wirft nicht den gesunden Menschenverstand einfach über Bord. Das kann man auch gar nicht in der Schweiz, weil in der Schweiz viel zu wenig Staat da ist, als dass man das ökonomisch überleben könnte, wenn man das macht. Das heißt, die Menschen sind von Anfang an erst mal eher in die Richtung erzogen, ihren gesunden Menschenverstand zu benutzen, weil der Staat sie nicht auffängt, wenn sie es nicht tun. Und deswegen sage ich mal, so die Schweiz, die hat ähnliche Tendenzen, aber die ist so 10, vielleicht 15 Jahre hinter Deutschland in diesen schlechten Entwicklungen. Und da Deutschland aber mit diesen Entwicklungen wie die letzten paar Male ja auch schon scheitern wird, können die Schweizer sich das von außen angucken und sagen, ja, das ist ja wohl schiefgegangen. Das müssen wir jetzt nicht zu Ende denken, oder? Ja, also das müssen wir jetzt als Schweiz, wenn ich jetzt Schweizer wäre, muss ich das doch nicht zu Ende führen, was in Deutschland gerade schiefgegangen ist. Also so viel Einsehen, glaube ich, wird da da sein. Und das andere ist natürlich, dass die Schweiz einen geopolitischen Nachteil hat, der leider mit einer Eigenschaft zu tun hat, die sonst ein großer Vorteil ist, nämlich ihrer geringen Größe. Die Schweiz ist umzingelt von Euroland auf allen Seiten und ein Großteil des Außenhandels der Schweiz findet natürlich mit Euroland statt und das Ergebnis dessen war dieses riesige, mehrere hundert Milliarden Euro umfassende Nesteg, das die Schweizer Nationalbank angesammelt hat, weil sie interveniert hat, um den Schweizer Franken sozusagen am zu starken Anstieg zu hindern, weil sonst die Exportindustrie zu sehr gelitten hätte darunter. Wie ist das passiert? Die Eurozone hat eine Geldpolitik und eine Rettungspolitik getrieben, die immer mehr europäische Anleger in die Schweiz getrieben hat, weil sie gesagt haben, das geht nicht gut und dann ist das Geld hier reingeflossen. Die Nachfrage nach dem Franken auf dem Kapitalmarkt war so groß, dass der Frankenkurs über den Gleichgewichtskurs gestiegen ist in der Realwirtschaft und dann war die Schweizer Nationalbank gezwungen, irgendwas zu tun. Und dann kann man jetzt lange darüber streiten, ob sie wirklich gezwungen war oder nicht, aber sie hat es jedenfalls gemacht und es steht mir nicht an, darüber ein Urteil zu fällen, zu sagen, das war falsch oder das war richtig. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht, aber weiß ich, welche Daten dort vorlagen, die dann am Ende zu diesen Entscheidungen geführt haben. Jedenfalls hat man jetzt dieses riesige Nesteck in Euro und versucht jetzt seit vielen Jahren, das zu reduzieren, indem man es irgendwo investiert. Und beispielsweise ist ja die SNB eine der größten Apple-Aktionäre. Also man hat im Grunde gesagt, okay, wenn wir jetzt auf diesem riesigen Berg an Euro sitzen, lasst uns irgendwie so eine Art National Wealth Fund draus machen nach norwegischem Vorbild. Erstmal keine katastrophal schlechte Idee, wieder aus dem Euro raus zu wollen. Aber jetzt sitzen sie nun mal blöderweise da drauf und wenn es knallt in Europa, dann haben sie im Grunde genommen eine gigantische Abschreibung. Und diese gigantische Abschreibung ist eine Rechnung, die fällt dann den Schweizer Bürgern in den Schoß und in der Größenordnung, die größer ist als das jährliche Bruttosozialprodukt der Schweiz. Bruttosozialprodukt der Schweiz ist glaube ich 600 Milliarden und das Exposure hier ist 900 Milliarden. Also wenn das Geld weg ist, das tut richtig weh. Andererseits sage ich, das ist so ein bisschen das Äquivalent zum deutschen Target 2, das sind ja auch 1,2 Billionen oder 1,3 Billionen. Die Schweiz hat eine viel stärkere Substanz, nicht allein, weil ihre Infrastruktur besser ist. Die ist besser gepflegt. Das sieht man, wenn man hier über die Straße läuft. Sondern die Schweiz hat eine stärkere Substanz in den Köpfen der Menschen. Und das ist etwas, was sie sich erhalten müssen. Die Schweiz hat ein freiheitliches Bewusstsein und der typische Schweizer sagt, da draußen kann was passieren, da kann viel passieren. Und dann bewirkt es sich auch mal auf uns aus. Und wenn der ganze Staub sich gelegt hat, dann klopfen wir den von den Kleidern, krempeln die Ärmel hoch und machen weiter. Und das machen wenige Länder so in diesem Stoizismus. Und das ist eine Stärke. Deswegen bin ich optimistisch, ich bin nicht optimistisch, dass die Schweiz ungeschoren davonkommt, das wird sie nicht. Aber ich bin optimistisch, dass die Schweizer genau das machen werden. Sie werden es mit viel größerer Leichtigkeit tun als die Deutschen. Die Deutschen werden, wenn es dann soweit ist, dass sie das tun müssen, weil es nicht mehr anders geht, werden die Welt verfluchen wieder mal. Und alle möglichen Schuldigen dafür suchen, nur nicht bei sich selbst. Aber sie sind ganz allein schuld daran, denn die haben die Politik gewählt. Wo siehst du denn das Zeichen, dass wir Schweizer jetzt auch erkennen müssen, dass wir auf dem falschen Weg sind? Ja gut, wie gesagt, ihr Schweizer seid so ein paar Jahre, 10, 15 Jahre, ich hoffe jedenfalls, dass es 10, 15 sind und nicht 5 hinter uns. Wenngleich man auch hier so den einen oder anderen Datenpunkt beobachtet, wo ich sage, Leute, lasst euch doch nicht ins Boxhorn jagen. Also ich halte ja heute Abend hier in Zürich einen Vortrag über das chinesische Social Scoring System und ursprünglich sollte der an der Universität hier in Zürich stattfinden. Und dann hat die Universität wahrscheinlich, weil man sie von irgendwelcher Seite her bedroht hat, kalte Füße gekriegt und gesagt, ja, wenn der Krall hier redet, dann wollen wir ja eigentlich nicht, aber dann sagen wir es dem Veranstalter einfach, der braucht jetzt ein teures Sicherheitskonzept. Und weil ja irgendwie jemand daher auf die Idee kommen könnte, den Krall da anzugreifen und da wollen wir nicht verantwortlich sein dafür. Vor 10 Jahren, wenn so eine Drohung gekommen wäre und die sich gegen eine Institution wie die Universität Zürich gerichtet hätte oder auch nur gegen einen Gast der Universität Zürich, da hätte diese Institution gesagt, Moment mal, also wo sind wir denn hier? Das lassen wir uns nicht gefallen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir sind nicht erpressbar und mit solchen Leuten wird auch nicht verhandelt. Sondern jetzt wird es gemacht. Ende Gelände. Und dann werden halt die Vorkehrungen getroffen, dass Leute, die sich dann gegen die freiheitliche Ordnung und gegen die Freiheit des Wortes und gegen den öffentlichen, wissenschaftlichen Diskurs stellen, dass die einfach draußen gehalten werden und nicht Gelegenheit haben, das zu sabotieren. So hätte man das gemacht. Sodass man dem jetzt nachgegeben hat und die Einladung der Organisation gesagt hätte, macht es bitte woanders, weil man es auch freundlich getan hat, ist ein Zeichen einer Schwäche, die unnötig ist. Also wenn ich einen Rat geben darf, dann einfach nicht wegen mir. Ich bin da dickfällig geworden. Ich bin schon von so vielen Veranstaltungsorten durch solche Maßnahmen vertrieben worden. Am Ende habe ich doch meine Rede gehalten. Sondern einfach eine Grundsatzfrage draus machen. Lasse ich mir es gefallen, dass mir der Mund verboten werden soll oder dass jemandem, den ich eingeladen habe, den Mund verboten werden soll und da mache ich einfach nicht mit. Und diese Härte, die hat solche Institutionen früher ausgezeichnet, das ist nicht mehr der Fall. Das ist für mich ein Zeichen, dass auch hier so manches in die falsche Richtung sich bewegt. Aber wie gesagt, hinter den deutschen Verhältnissen sind sie weit, weit, weit hinterher. Und dass es so ist, dass solche schlechten Entwicklungen auch über die doch sehr offenen Schweizer Grenzen drüber schwappen, ist normal. Also man kann es nicht verhindern. Es ist nur so, dass die Empfänglichkeit für diese blöden Ideen halt hier kleiner ist. Aber sie ist nicht deswegen gar nicht existent. Jetzt hast du eine neue Firma gegründet in der Schweiz. Ist dann Deutschland, Europa, andere Stationen auf dieser Welt nicht so optimal wie die Schweiz? Oder warum machst du das in der Schweiz? Und vielleicht kannst du noch ganz kurz sagen, was du überhaupt machst. Ja gut, ich bin jetzt im Gründungsprozess für ein Unternehmen, das sich mit Dienstleistungen rund ums Gold beschäftigt. Das zwar nicht selbst mit dem Gold handelt, sondern sozusagen das Portal für bestimmte Dienstleistungen zur Verfügung stellt und das aber in einer Weise bündelt, die sehr komfortabel dann für den Goldinvestor sein werden. Und ich mache das zusammen mit Partnern, auch wiederum Schweizer Unternehmen. und diese Plattform, die wir da entwickeln, die wird den Namen goldrevolution.com tragen. Und was wir da machen, ist im Grunde genommen eine Kombination von Gold, Ankauf, Verkauf, Informationsdienstleistungen rund ums Gold, Lagerdienstleistungen rund ums Gold und Zahlungsverkehrsdienstleistungen rund ums Gold. Später möglicherweise auch erweitert um das ganze Thema Krypto, aber das ist noch ein bisschen Zukunft. Und das ist ein Unternehmen, dessen Dienstleistungsspektrum, also davon träume ich schon lange. Ich war ja mal Chef eines der größten Goldhändler der Welt und dieses Dienstleistungsspektrum habe ich so designt, dass es in optimaler Weise auf die Bedürfnisse der Goldinvestoren abgestimmt sein soll. Nämlich einerseits physisches Gold zu haben, es jederzeit verfügbar zu haben, physisch in den eigenen Händen, aber andererseits international lagern zu können und damit der staatlichen Gier, insbesondere in Deutschland, entziehen zu können und gleichzeitig aber auch den Goldbestand, den ich habe, als Investment liquide zu haben, sodass ich auch damit bezahlen kann, beispielsweise über eine Kreditkarte. Also eine Kombination verschiedenster Dienstleistungen, die aber so miteinander quasi verschränkt werden, dass sie wie aus einer Hand erscheinen und der Goldkunde im Grunde genommen all das nutzen kann und sich sicher sein kann, dass er da in guten Händen ist und dass das Gold, das er gekauft hat, egal ob er es in Singapur lagert, in Buenos Aires oder in Zürich, dass es da ist und dass er es auch jederzeit von Singapur nach Zürich bringen kann oder umgekehrt, wie es ihm gerade passt und wenn er dann vor der Tür steht, dass er es dann auch kriegt. Und das ist eine Kombination von Dienstleistungen, wie gesagt, von der träume ich in dieser Kombination schon lange. Das konnte ich aber in meiner früheren Position aus unterschiedlichsten, auch regulatorischen Gründen nicht machen. Jetzt habe ich im Prinzip die letzten 14 Monate Zeit gehabt, daran zu arbeiten, eben seit meinem Ausscheiden bei meinem früheren Arbeitgeber Degussa und jetzt kommt das hier an den Markt und ich hätte natürlich die Wahl gehabt, das in Deutschland auch zu machen, aber nach einigem Überlegen habe ich das verworfen. Okay, so die abschließende Frage, investieren. Also du sagst, Gold ist natürlich ganz klar, ganz, ganz wichtig, wie du sagst, Staat entziehen und so weiter und so fort. Hast du noch andere Tipps in der jetzigen Situation für die Leute bezüglich Investment, Schutz des Vermögens, weil eben der Staat immer mehr kommt, Steuern steigen und so weiter? Also ich sage mal so, den besten und langlebigsten Investitionsrat gibt ja der babylonische Talmud, 2500 Jahre alt. Der babylonische Talmud. Der babylonische Talmud, ein altes jüdisches Gesetzeswerk. Da steht, der kluge Mann investiert sein Vermögen in drei Dinge zu jeweils einem Drittel. In Land, in Vieh und in Gold. Und wenn man das auf unsere moderne Zeit überträgt, dann heißt das Land heißt Immobilien, Vieh heißt Aktien und Gold heißt Gold. Und so mache ich es auch. Also ein Drittel Gold und Silber, also Edelmetalle. Ein Drittel Immobilien, aber international diversifiziert und ein Drittel Aktien auch international diversifiziert. Und mein Aktienportfolio hat eine ganz bestimmte Zusammensetzung hinsichtlich der Branchen, nämlich vor allen Dingen resiliente Branchen, die jetzt erst mal auf die kommende Krise hin ausgerichtet sind. Lebensmittel, Pharmazeutika. Bis vor kurzem hatte ich Rüstung drin, habe ich aber jetzt rausgeworfen, weil ich der Meinung bin, dass der Krieg in der Ukraine für den Westen verloren ist und dass dieser Rüstungshype, den da die Politik gerade begleitet, dass das jetzt auf eine ganz bittere Weise enden wird. Und stattdessen habe ich jetzt Automobil reingepackt, nämlich solche Automobilhersteller, die sich möglichst wenig am Elektrohype beteiligt haben. Denn der ist zu Ende. Da haben unfähige politikhörige Automanager viele, viele Milliarden versenkt, aber nicht alle haben es getan. Also da ist jetzt, was habe ich jetzt da drin? Da habe ich BMW drin, da habe ich Magna drin, und da habe ich Toyota drin. Dann ist da drin das ganze Thema Energierohstoffe. Alles, was, wie ich formuliert habe, Greta kotzen lässt. Öl, Gas, Kohle, Braunkohle, Uran, Exploration, Kraftwerke. Da sind drin Goldminen. Die haben lange gedümpelt. Jetzt ziehen sie plötzlich sehr kräftig ab, was natürlich mit der Goldpreisexplosion ein Stück weit zusammenhängt. Ich glaube, heute Morgen hat man 2360 Dollar pro Feinunze, was neuer Höchststand wieder mal ist. Und dann ist da drin Entertainment, weil die Leute in schlechten Zeiten ja abgelenkt sein wollen. Das ist nun mal so. Das war schon in den 30er Jahren so mit Hollywood. Und jetzt ist es halt nicht mehr Hollywood, jetzt ist es Netflix und Amazon. Dann ist da drin Pharmazeutika, weil die Menschen auch immer krank werden. Allerdings keine Pharmazeutika von Unternehmen, die sich an der Covid-Impfgeschichte beteiligt haben, weil ich der Meinung bin, dass dieses Risiko in meinem Portfolio nichts verloren hat, dieses Haftungsrisiko. Also das haben andere verbockt. Dafür werde ich keinen Kopf hinhalten. Ja, spannend. Wer übrigens mein Portfolio in seiner genauen Zusammensetzung kennenlernen will, das geht. Es gibt ein Portal namens Alpha Novum. Und dort ist mein Portfolio veröffentlicht seit 1. Dezember. Performance seit 1. Dezember waren jetzt, ich glaube, plus 16 Prozent oder so. Sehr schön. Ja, wir werden sowieso alles in den Joe Notes verlinken. Dein Buch, wie gesagt, zur Firma und so weiter. Alles, was du jetzt erzählt hast. Ich meine, wir könnten jetzt Stunden noch weiter diskutieren, oder? Könnten wir, ja. Da gibt es so viele spannende Themen und es macht immer extrem viel Spass, mit dir zu diskutieren. Ja, aber wir müssen halt nachher auch weiter. Du bist ja auch, wie gesagt, bist ja heute am Event hier in Zürich. Aber Markus, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sehr gerne, wie immer. Hat, wie gesagt, sehr viel Spass gemacht. Und ja, für dich, wir haben auch unten in den Joe Notes, in den Kommentaren ein Video verlinkt zum Thema der Kryptowährung. Wenn dich das interessiert, gerne das anschauen. Und natürlich unbedingt, Markus, überall folgen auf seinen Kanälen X, Twitter, YouTube und so weiter. Vielleicht darf ich auch die Freiheit nehmen, auf das eine oder andere Neue noch hinzuweisen. Also einmal goldrevolution.com. Die Landingpage geht in wenigen Tagen online. Und es gibt einen neuen Videokanal von mir, der heißt Krall und Bubeck. Dort kommt jeden Donnerstag eine Sendung, etwa eine Dreiviertelstunde unter dem Titel The White Old Man's Weekly. Und jeden Sonntag kommt das Wort zum Sonntag. Und wir diskutieren jeden Donnerstag über verschiedene politische Themen, gesellschaftliche Themen, wirtschaftliche Themen. Und am Sonntag nehmen wir uns meistens ein spezielles Thema vor. Beispielsweise die Rente in Deutschland. Wie könnte man sie reformieren? Oder konkret auch mal das Thema Gold. Vielleicht auch bald mal das Thema Krypto. Sehr schön. Top. Wie gesagt, alle Links findet ihr unterhalb in den Show Notes. Alles verlinkt. Und ja, Markus, vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Tschüss. 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 Tschüss.